Auch am Tag nach der Wahl ist es unsere Aufgabe als Journalist nicht auf die Emotionen zu achten, die jetzt natürlich die Parteien bewegen, sondern auf die Fakten, um diese klar zu analysieren. Also natürlich, wir stehen vor einem Lagerwahlkampf pro Hofer, kontra Hofer. Das trifft auch sein Bild des Bundespräsidenten und das wird in den nächsten Wochen noch deutlicher machen, er möchte doch eine ganz andere Rolle als Bundespräsident einnehmen, nicht nur aktiver, sondern auch die Bundesregierung durchaus vor sich hertreibend. Ein Beispiel, er sagt, er würde TTIP nicht unterzeichnen. Theoretisch ist das juristisch möglich, das ist so eine Art altes Recht aus der Kaiserzeit, wo der Staat so überhaupt außenpolitisch noch mitreden kann. Praktisch hat es bis jetzt keine Rolle gespielt, aber Hofer will ihm da anders sein. Er will auch die Bundesregierung zu sich holen, Aufträge erteilen, wenn sie es nicht erfüllen, vielleicht auch entlasten. Über diese Rolle des Bundespräsidenten werden wir in den nächsten Wochen diskutieren müssen, was denn die Österreicherinnen und Österreicher wirklich wollen. Aber natürlich wird in den nächsten Tagen auch eine Rolle spielen, ob sich die Bundesregierung noch irgendwie da fangt. Im Moment schaut es ja nicht danach aus, warum sollten sie jetzt auf einmal drauf kommen, wirklich alle diese Reformen zu machen, auf die die Leute schon lange warten. Aber vielleicht ist die Vernunft dann doch größer, als die Idee, in die nächsten zwei Jahre nichts zu tun und dann in das nächste Wahldebakel hineinzuschlittern. Eine der großen technischen Fragen ist hier, ob die Minister aufhören, einander permanent zu blockieren, wie sie das bis jetzt machen. Aber wie gesagt, die Hauptfrage, was will denn die FPÖ? Sie will offenbar einen anderen Bundespräsidenten. Sie will eigentlich einen, der gleichzeitig auch Bundeskanzler ist. Sie will letztlich eine andere Republik. Die Frage ist, ob sich auch die anderen Parteien trauen, dieses Thema offensiv anzusprechen oder sich jetzt nur mehr fürchten.